guter der kala mariki oder war bei der martin wir haben in letzter folge wie das ist ja eine käder und das ist ein einmalig aber wozu braucht man ein leder der rucksack habe ich schon gesagt wir testen auch aus ob man das können wir einen rucksack schocken ein was rucksack ein rucksack ja ich hab's so ausgeschreien ich hab's gemerkt kann man einen rucksack machen ach so ach so ah wir brauchen wolle dazu hier sagen wir es noch früher nee lederlich zu leder ach so das generelle armohr abtun haben wir doch gar nicht erforscht und strenger so ich hab ich nicht erforscht er hat sich nicht egal geht absolut nach alles und hast du dann immer noch kein ton erforscht er weiß kein ton auf dann habe ich es halt und kann ich guck mal nach haben wir sand erforscht ich hätte ja noch irgendwas richtig es gibt exklusives pulver die beschreibung von schmutz ist ja gibt mir mehr plastik im austausch von von insel größer bauen jetzt mal ich kann doch auch noch bauen dann bau doch ich muss doch erst mal meine exklusiv tieren mit wo ich hab nur drei grundstoffe das würde man ja selber gehen aber es passiert wie sie eigentlich ist eine maggeber deine machst ja ich will mal gucken wie das aussieht mit der gar nicht das kann keine ändern so gut kann sogar also scheiße das finde ich gut ich bin was 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 ja tschüss naja erstmal k k hey kann man nicht tun warte ich kann nicht vielleicht checken ich habe keine munition der heil kommt ja zu dir wie 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 mache ich munition für das sehen kannst du gar nicht nicht töten ich habe ja auch die eigene stunden hat nichts gebraucht jetzt habe ich nur geknackst ich habe ja gott verdammt im wohnen so nah hab ich noch einmal du hast du schon wieder das kannst du essen ah da kannst du mir endlich mal hälfte hälfte machen mit essen was mache ich für munition wozu wie mache ich munition die finden wir nochmal irgendwann zehn jahr warte mal macht man die aus wolle junge jetzt gib mir bitte ich verhunger jetzt gib mir doch endlich mal mehr als ein essen du gottverdammter Fichser hier bitte endlich ich sag dir vorhin extra lassen wir uns essen mal bitte du glaubst du es auch kann Honigwabe holen dazu kann man wahrscheinlich auch das Insektennetz verwenden hier kommen die sind wieder da die kommen mit uns und ich verstehe nicht dass sie die töten wollen kann man die irgendwie mit einem Haken woher kriegt man explosives Pulver hab ich auch schon gesehen brauche ich für den netzserver äh äh ja dann machen wir weg können wir den schick und nix anfangen der Hulk kommt ich bin ja so wütend auf den Wichser ich bin ein bisschen stark dass man nur ein wasserreiniger braucht da ne wieso schade wenn mich im Meerbau haben vor dem zweiten da lohnt er nicht richtig wie gut nein nur ich habe also das Plastik du Gottverdammter Elender und so ich will doch nur das Plastik ich hol holz weil ich schon 20 kam ich hab ich hab weil ich muss rein so viel Holz reparieren es ist einfach in der Mitte angeknackst ich bin ich versuche das Ding jetzt zu sehen wenn ich nicht ach so in einem Weg zu stehen im Ausgewicht wird zu helfen hat er ausdurch krank ist der genaue der Mucke aber er ist ja das scheint wieder an das ist ja jetzt wird so eine Imperialmucke nur die normale alles gut und ich dachte es fängt schon wieder an der Beat erhältniss übrigen ich weiß ich weiß können bis zu laufen jetzt klingt wie Faded erhältniss erhältniss b sieben sieben erweckt auch auch wenn man immer ein Geräuschen aber ein Plastikschuss ich will nur das Plastik ich weiß dass damit ich hier damit die Träden kann ich hab zwei Polzern bekommen kein Der Knabber, mein, mein, mein Haken geht weiter nach links. Ich höre ihn manchmal knabbern. Der macht so ganz kleine Bisse, ich schwöre es nicht. Oh, wir müssen fett nach da. Das ist gut. Jetzt auf einmal kommst du auf die Idee. Was? Ich stelle sie die ganze Zeit um. Und jetzt stellst du sie wieder um, dass wir in die Richtung müssen. Hey, Digga, weißt du überhaupt, wie der Wimpel funktioniert? Mir ist das Wimpel egal. Der zeigt aber an, in welche Richtung man fährt. Aber die Netze sind wichtig. Nein, sind sie nicht, dann baut es schon in die andere Richtung. Ja, aber machst du das nicht, wenn es sich stört? Ich tue es doch gerade, dafür sammle ich gerade. Ich dachte, du machst die Kunststoff. Wie, was? Ja, dann gibst du mal wieder, ne? Aber das ist okay, ich bin ja nicht so anders von dir gewohnt. Ach so, du meinst die Flächen. Ja, die mache ich auch noch. Oh, der ist ja ein Rad, der wollte da anders reden ran, aber leider hat sie nicht funktioniert, weil es so gut ist. Kann man irgendwie so eine Alarmglocke irgendwo hinmachen und dann kommt der Atom und der stirbt? Guck mal, was ich habe mittlerweile. Fünfzig Essen vielleicht. Ja, dann kommt noch ins – Ich habe nur eine Schweißmähre. Ja, kann doch sehen. Wollte ich sagen, dann können wir mal die Kartoffel wieder anpflanzen. Ja, kann ich machen. Ich habe auch noch ein Klipper bekommen, ich hatte noch eine Rettich. Also eine Mütung. Ich habe auch aus dem Rettich. wenn ich nicht habe die Aussie perfekt ich hab's nicht wieder klar und so viel ich bin ich gar nicht auf Tuchel denn sie haben ziemlich viele Planken die Zeit und zumal die lieber zur Sicherheit ich habe doch sogar vier eisenmalen die Zügeleitung für mich ist ja und ich behalte die Zeit und Ich leg doch auch ganz erleidend da rein. Oh, warte. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Guck in meiner Aufnahme nach. Nein. Halt das ein, hier ist einfach diesbund. Geil, was für dich fern ist. Ah ne, ich hab's bekommen, alles gut. Scheiße. Man kann einfach ins Wasser dann nachspringen. Warte, das will ich mal ausprobieren. Wenn du jetzt einer Line hast, ja, dann kannst du ins Wasser springen, das ist instant. Oh, cool. Äh, dann in dieser Folge wird dir so, äh, hab ich auch schon ein Video. Lifehack. Äh, 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 Rav, äh, Rav Pits, die er noch nicht wusstet. Bei ihm alle Scheiben, den kannte ich schon. Ja! Nur weil ich ein bisschen gezogen hab, leck mich, du armen Sack. Übrigens eine große Insel, scheiße, mein Anker, es glaub so, äh, mein, mein Ding, mein Haken. Sonst einfach klappt, Digga. Lol. Toll ist die Insel, ne? Wollen wir da hin, lieber? Ja. Glipper oder so. Warst du eigentlich bei der anderen ganz oben? Ne. Oh mein Gott, es ist Zeitreise, wir krippen uns für fast gottloser Hund. Was? Eine Planke! Ja. Weißt du ja, der Bogen ist ja so teuer. Ja. Aber wir haben genug Eisen. Ja, dann lass ihn greifen töten. Ne, ich meinte es nicht, war deswegen, sondern wegen dem Glipper. Kannst du mir, ähm, der Glipper kostet echt? Ein Stück. Ja, alles gut. Ja. Das ist ein Wal! Das ist ein Wal! Hat mir hier nur eins drübergelegt. Das war ein Wal! Das ist ein Wal! Das ist ein Wal! Das ist ein Wal! Schön für ihn! was wussten war jetzt bist du selber dann schuld da war keine gucke dem video nach so wie ich mir die klicks Leute ja auch jetzt auch noch YouTube und livefacts ich weiß nicht, hier gibt es immer wieder ein Schwein das würde ich wirklich tun ich sehe doch irgendwie ja da ist ein Schwein, heißt es, komm mal her ich komme wo ist der, wo ist der hier, hier wo ist hier hier komm mal auf die Insel von hier da ist nicht vielleicht denkt er, ich bin sein Artgenosse ich habe alles klar ich habe eine Platte und einen Teppich okay und Deutsch ich schieße ihn an Gott wie cool ich bin man kann den Fall wieder nehmen, du Interesse, ne? ja, das ist schon da oh, so ein Hurensohn hab ihn das ist das fette Schwein die Pfeile sind dies vor nein hier aber du kannst jetzt ich hab' ihn nicht gefallen du kannst du mein Bruder du kannst du mein Bruder du kannst du mein Bruder hier ich lasse ich dir ich muss oder es gibt ich will hier können dass uns vorhanden da weil er das gleiche haben auch die in der es kommt davon wenn du alles mal trägst der war schuld dran du ich nicht mehr wo es ist lieber von dir nicht immer im Inventar ich habe es darauf und sie kann um ich habe es nicht ich habe es nicht verbraucht die Antilope die 780 da ich stehe sie ab echt? das ist okay wenn ich die Tür ich habe sie einmal getroffen 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 mit also die Gäste mit der Bestecke das macht die hier noch hin erlaubt euch an die Krippe du Vollidiot ja bestimmt ab ob ich den hier als Bruder tragen soll oder ob wir ein individuell cool sein sollen der erste Kommentar gewinnt das stimmt es wird auch der einzige wie fängt die aus die Stanky als so ein Schwein und ein Hai zusammen es ist die 3 6 8 da liegt jetzt direkt sind tot Mist drauf nichts Trich haben wir müssen von der Bist zehn Minuten lang getötet und dann wird kann man sich aufsammeln achtfältig komm hoch und in diesem der Leiche von Antilope ich bin kein Problem Prozent wir sagen alle von sind Antilopen in dem Video was wir damals von Astrid geguckt haben gab es auch eine Review zu dem Spiel das war in einem Video was hab ich ehrlich gesagt hast du das Projekt bleibt ne das Projekt ist nicht bleibt für dich vielleicht bisschen ich hab's gespielt ich hab rote Beeren bekommen als Ex ähm cool danke ich ess mal eine rote Beere so die Ressourcen zurück so ne es kann draus du gottverdammter Kreissohn fickt der hier in den Arsch je war das bitte wiederhol nochmal aber hier ist nur jugendfrei stirbt stirbt ja da geht ähm was brauchst du noch bei der Insel ist eigentlich fertig Antilopenleiche da willst du nochmal nach oben ich bin da ganz oben echt? ja ich kann jetzt auch nochmal hoch ich geh da drunter und ruhig bisschen mit Plankton und so hast du den Togel schon mal abgestochen? ne oh ein Scharnier bekommt Chili Kissen ne Lanterne äh ne Lanterne ein Satellit oh ich glaub da ist das eine äh der besonderen Inseln hier Pilzomelett weg dann wird Bautaner die Feuerstatt sporen die Pilzomelett Rezept oder was ist das? hm Lotzet ja geh mal essen kannst du gleich nochmal Bäume erfüllen? ja mach ich ganz falsch hier schon oben ich hab so eine Idee aber ich hab keine ja gut bisschen ziemlich fuhr die Insel haben wir doch schon mal gesehen oder? äh ja sie ist so in ja ich glaub die sind einfach ähnlich alle ich glaub das ist einfach alles die gleiche ne ich glaub nicht dass es dieselbe Insel ist aber äh halt Dings ne ne programmiert ja mein ich auch oh jetzt ne Ocelot äh kannst du nach oben kommen wenn ich will gucken ob die Antilopenleiche noch da liegt ja er ist tot ja er ist tot hab ich gar nicht gesehen was meine ich mein Antiloten äh mit Ocelot was in der Lehmann der Tote er tut ja also bis da ich bin ganz fertig geworden hier war es ein Weg wer macht denn sonst hier oben nichts ah perfekt bin ja fertig geworden du sagst was war hier? äh ein Scharnier und ziemlich viel Holz das war es das war es und was haben wir an der anderen Seite? ja kannst gerne nach oben ich bin ganz sicher mal ich habe es ja nicht mehr hat sich schon gelohnt das ist eh ja geht kein los direkt vergessen kann man ihn greifen wirklich abstechen ich weiß nicht ich habe den Bogen nicht will ich gehen ja weiter warte warte wenn er meine Nähe kommt dann schlicht ich ihn einfach haben ja lass mich den Stein holen ich bin eh mit dem Bogen halt als Schild gut gut er kommt zu mir so nur und so hab einmal getrunken weg wo die Klinik fliegt der hm ok ok das sieht satt dass ich gekonnt aus ja das ist sehr krank da ach fach gar nicht weg ich fahre weg der erdbeben drauf aus Pokémon der trifft niemanden der Flugbrot da was macht jetzt unten die Welt zieht aus der Erde ein Stein wie unrealistisch ist das denn was sonst spiel der Scherpfeil fliegt jetzt aus dem Meer raus und nach einer Atombombe so ähnlich so ähnlich warte ich kann nicht treffen strappen 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 den kriegen wir nicht zu gut brauchen wir mehr Pfeile ah ich hab drei ach ok warte ich mach komm einfach zu mir dann soll ich gerade fliegen mit Fliegen leeren hm warte stell ich ein bisschen die 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 hier da hast du wozu 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 mir berlin Ich hab's gesehen, ich hab die Fehler angehört Ich versuche ihn abzufangen Scheiße Wie findet ihr den Pipe? Es ist richtig episch, ne? Ich hole ihn mir, ich hole ihn mir Ich hole ihn mir, ich hole ihn mir Auch sei, der Typ ist geistig zurückgeblieben Ja, er ist einfach am Stein Warte, ich kann ihn beim Aufkriegen Wahrscheinlich am Abkriegen Gut, jetzt ich den Einmal Schalt Schalt gemacht Siehst du eigentlich, dass die Pfeile Nicht ihm geschrecken, sondern vor ihm? Ich sehe keine Pfeile bei ihm Sieht man nicht schon aus der Distanz Oder er ist in der Nähe? Was? Sieht man die Pfeile in der Nähe oder aus der Distanz schon? Ich sehe keinen Pfeil gerade Man kann ihn ganz leicht erkennen Warte, warte, bleib hier oben Nein, mir doch Okay Weil ich nicht runterschütze Einzig die Pfeile Ich fähre mal in der Luft Oh, was? Ist es eigentlich so richtig, dass egal, wohin schießt, das genau gerade fliegt? Nein Okay Oh, dann ist es super schwer Das ist ein Job nach zwei Stunden Okay Also Realistisch So wie der Wahl vorhin Ich kann sagen, weil ich schwöre es dir Ich weiß gar nicht, wer geguckt Ich weiß Kann ich irgendwie mit meinem Haken haken? Ich habe das Gefühl, der kann nicht stemmen, mein Bogen schon auf Hälfte der Dienst Oh, ich war nicht rum Vorhin, wenn er hier irgendwo kommt, dann muss man ihn eingreifen Dann muss man ihn eingreifen Ja, bleib zu hoch hier Mh Ha Schöne Guck dich an, guck dich an Vielleicht könnte er hier irgendwo streng bleiben Ich wette, wir kriegen den gerade nicht tot. Wir müssen ihn zu zweit bogen. Ich wette, er ist gar nicht tot zufrieden. Doch, ist er. Jetzt! Ja, perfekt. Gehen! Es gibt den Bild. Runter da. Als ob du das überlebt hast. Wenn ich dachte, so geil, dann stimmt, dann kann ich ihn langsam wegnehmen. Hab ihn. Ja! Zwei Jüngchen. Zwei Jüngchen. Ich habe auch zwei Hinten und zwölf Federn. Wir hatten Federn noch gar nicht. Da habe ich zu viele Sachen. Ich nicht. Oh! Ach, junger Scheiße, jetzt. Guck mal. Was muss ich? Warte, siehst du mich gleich. Die Abstüttung ist absolut vorbei. Da bin ich. Hi! Guck mal! Ruhig, guckst du. Ich gehe nicht, sorry. Durch das Blatt sehe ich leider nicht. Ich sehe nicht durch das Blatt, sorry. Ich sehe dich nicht. Ey! Danke für den Schaden. Ich kann dich nicht sehen. Wie findest du den? Wie sieht der aus? Ich sehe es nicht. Alter, das sieht der nice aus. Ja, okay, den trage ich. Und wer? Ah, der ist so hässlich. Wie nur anmerken darf, habe ich, glaube ich, 26 Pfeile verschroppt. Das war das Werte. Äh, nee, 20. Verdammt. Alleine. Der hat mir nichts gebracht. Das war einfach so, die mir in der Axt abzubauen. Oder warst du eine Schiere? Den Lohn. Aber ich glaube nicht, wenn sie tot ist. Doch, klar. Ja, geht dann. Mal gut. Äh, Bruder, ich hole sie kurz von, ey. Von, 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 von. Bloß wahrscheinlich, was von, äh, Heiko Klett kaputtgebeißt. Wissen wurde. Ah, sie, ah, wie. Also, ne, 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 ich guck da gerade. Ja, wie viel Geld freut sie jetzt? Ich will jetzt in High. Okay. Das geht nicht mehr. Die haben den Bug gefixt. Kannst du das Ausweichen oder das Feuerstechen? Kannst du das Ausweichen? Ich fahre es dir. Ich sterbe wieder. Bitte halt durch Axe. Bitte halt noch diesen Baum durch. Vielleicht da vorne sind noch so weit. Ja, geht es. Nicht genug für eine weitere Axe. Deine, da habe ich. Ich habe viel zu viel gefressen, sorry. Ah, scheiß noch. Das ist in der Phase ist auch dann nicht mehr so schlimm. Ja, ja, ist so dumm. Er ist fast tot und jetzt kann ich da einfach das Ding an. Jawohl, habe ihn gekillt. Dereht. Vollidiot. So ein Dummkopf, Digga. Ich habe so fucking viel in der Interne von Palmblättern und so. Oh, jetzt ist ein weiteres Antilope. Töten. Ich bin dafür, warte. Ich mache mir eine Kiste nur mit Holz und Palmblätter, okay? Ich steck's ja auch ab. Ich habe einen Tolo für den Mundstern. Ach, alles klar. Hat es eigentlich funktioniert? Was? Mit dem Ding? In der Schere? Nein, ich bin lange noch nicht zurück. Achso. Ich bin noch komplett, ich bin noch am Holz abbauen. Warte mal, der Hei ist gerade tot. Ich gehe mal ins Wasser und baue mir ein paar Sachen ab. Hast du denn da überhaupt abgebaut? Hast du was abgebaut? Ei. Den habe ich getötet, ja. Na, abgebaut. Eingesammelt? Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, Schuss darf man nicht unterschätzen. Davon braucht man auch immer viele. Aber die haben nicht... Ich habe Pilze gefunden. Was ist das denn? Bilz? Blitze? Nein, Pilze. Oh, und Schmutz. Wie denn? Ich habe Pilze und Schmutz. Ich bin in der Höhle. Oh, cool. Was ist das denn? Rezept... Lackneral... Rezept, freue ich mich nicht, ne? Ja, so ich nehme keine Rezepte mit. Ne, ich nehme das Chemielabor. Kurz, Projektverwechsel. Ja, ja. Ähm. Wie heißt die Scheiße nochmal? Äh. Keine Ahnung. Scharnier. Hm, die nimmst du mit. Ja, ja. Jetzt sieht Hanke. Wo ist Scharnier? Ja, ich absolut wertvoll ist. Doch, schon mittlerweile nicht mehr. Ja, weil... Na, schon. Ja, in der Welt kann weg. Ziemlich wichtiger. Ich habe doch gerade ein Seil weggeworfen, wo es sie... Ich würde zum Beispiel sagen, dass ein Scharnier wertvoller ist als eine Planke. Stimmt auf jeden Fall, aber ich habe dafür... Ich habe den... Ja, der hat Septe weggeworfen oder eins, in der Zeit. Hatte ich auch. Ähm... Ist der nur irgendwo ein fack Baum? Liegt da einfach der Baum. hier bin ich schon an den ding ist noch ein antilope ja ich weiß was sie nicht tot bekommen du sagst das ist wichtig wo ist die Hütte eine kleine Gruppe armand nebenan den die Leute nicht bei online es ist das so nicht nach Hause gehen wir sagen und muss man einen anderen ich weiß es ist das ist halt gleich genommen Du gottverdammter Hosensohn, äh, nörfst was. Ah Leute, hä? Ich hab eine, äh, ich hab ein, äh, eine Rübe davon bekommen, dass ich, äh, äh, alle drei Rüben geerntet hab. Ich find das nicht lustig. Da ist mein Fleisch schon wieder geklaut. So, jetzt können wir mal gucken. Warte, was brauchte man nochmal für, äh, Schade-Schokolade, dass du mich nicht getroffen hast. Ähm, was brauchte man nochmal für, äh, Netze? Leifleisch. Exklusives Pulver. Ach so, ich dachte, du meinst, ich dachte, du meinst, so ein, äh, Fangnetz auf dem Floß. Einfach, weil man so kann, dann mit dem Exklusiven Pulver. Ähm, gibt übrigens kein Voll-Damage, weil du es uns noch nicht gemerkt hast. Also gar keinen. Ach. Okay. Was stimmt. What the fuck, ist das dumm noch? So, ich geh jetzt zur Antilope. Ich weiß, wo die ist. Ja, ich auch. Irgendwo den da drauf. Ich glaube, wir gehen jetzt. Weißt du was? Dann ist 31 Minuten danach, äh, Folge vorbei. Äh, okay, dann geh ich jetzt in die Höhle. Wo ist die Höhle, weil ich unten, Mitte... Ja, das weißt du nicht, und ich schon. Äh, ich sag dir gleich, wo bist du? Äh, äh, dort wo ich schweige Geld habe. Wo bist du? Ja, nein. Ich bin grad, wo wir greiftige Kinder haben. Ah, nein. Und ich kann jetzt mal nicht zur Antilope kommen. Ja, ich geh doch gerade. Okay, dann geh ich zur Antilope. Oder die hat ihn zum Beispiel vielleicht geändert. Ja, die war unten, ne? Ja, die war unten, ne? Meinst du die Toten oder die Lebende? Die Lebende. Ich meine die Tote. Wo sind die Tote? Achso. Na, oben. Und jetzt die Tote mit dem Netzhahn. Nein, die will ich schnippeln. Mit was denn? Mit der Schere. Das hast du immer noch nicht gemacht. Nein. Ich hab doch Holzschuss damit. Ich find's ja nicht. Ich kann auch die Spawn sein, warte. Ja, wahrscheinlich. Nee, oder du bist doof. Ja, wahrscheinlich. Also hier bist du gerade nicht, wo ich bin. Äh, wo ist unser Flos? Äh, die... Antilope liegt hier. Ja... Die Antilope ist hier nicht mehr. Hallo. Du bist da? Die Antilope ist hier nicht mehr, aber du warst nicht mal hier, wo die warst. Ne, ich hab' Schaden bekommen, aber so wenig, weil ich von der ganz oben runtergefallen bin. Ernsthaft. Die Lebende oder die Tote? Die Lebende. Wo bist denn du? Äh, in der Höhle. Ja. Also. Gegenüber von der Seite von, auf der, äh, Insel, auf der Seite von der Insel von unserem Floß oder gegenüber? Äh, wenn du von unserer Insel, äh, von unserem Floß auf die Insel guckst, dann nach links. Ah, okay. Bist du auf der anderen Seite oder auf der richtigen? Eine Ahnung, was die andere und was die richtige ist? Auf der Seite von Floß. Zum Beispiel die Seite von Floß ist Norden. Ja, ich glaub' ich will schon noch einen. Ich bin, glaub' ich, aber eher in Boston. Ah, das ist so. Nee, warte mal, ey, ich versteh's nicht. Also ich bin hier. Ich weiß, du bist ein Geringverdiener. Nein, du bist ziemlich trof. Wenn ich vernieren, dann bin ich sicher. Ich sterbe. Ah, ich seh' dich. Oh. Ich bin fast gestorben. Relativ. Okay, wo bin ich? Äh, du bist hier oben irgendwo. Du bist auch auf einer höheren... Hier, hallo. Ah, Heiner. Ja. Ich muss die kurz wiederfinden. Ah, hier in der Oma, glaub' ich. Ja. Die Hülle? Mhm. An die Lupe ist hier unten, hab' ich gerade gefehlt. Aber warum hast du ihn nicht gefangen? Äh, weil ich kein Netz dafür. Ich brauch' exklusiv Pulser dazu. Kannst du die schnippeln? Nee, leider nicht. Hm, leider nicht. Hast du schon mit der Axt versucht? Mhm. Hast du eine? Ja. 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 Ich auch. Ich glaube sogar, ich war... Ich hab' schon die Hülle gesehen. Aber ich bin einfach weitergelaufen, weil ich nicht glaube, dass es Hüllen gibt. Der Schmutz? Mhm. Nase und Janier war da drin. Im Boden? Ja, im Schmutz. Schrott, Schrott. Cool. Schrott. Kannst du einmal buddeln, einmal buddeln. Für die Aufnahme. Ja, okay. Dauer und Schmutz. Sag mir die Scheiße auf. Ja, jetzt hab' ich sogar ne Schaufel geschenkt bekommen. Ich bin richtig verrostet. Ja. Hm. Ist einfach die selbe, sprach mir, der bei der Axt schmutz. 3 3 die Finsen in der Tat den Kauten wenn ich will ich bin ich cool ich habe das schüttelte ich würde Kuhlern als nur eine Nähe Haben wir noch eine Folge? Äh, sind wir dran vorbeigelaufen? Ne, ja, sind wir Ja, eine Folge Den, den Erforschen wir Das nächste Folge mehr Mal den Abschritten Du Wichser, hast du versuchst mich zu beißen Okay Nicht, komm noch her Ach, Digga, hab ich gedacht, na, warte ich muss mir Äh, ne, aber ich halte hier Kunststoff Was? Ich gehe in der Kiste Echt? Jetzt nicht mehr Was, ja Das hier fackt mich ab Das fackt mich hier ab, ich hab extra hier Holz und so gemacht Jetzt ist da alles Übrigens, wir haben mittlerweile eine volle Reihe An Netzen Und wir haben noch ein Netz hier drin liegen Hatte wieder mein Hai, vielleicht der dumme Wichser, ich hasse dich Ich muss noch einmal versuchen Ich kann dich auf mir sitzen sagen Dein Warte, ich mach Ich will Trophäe Ich hab's geschafft Muss noch einmal versuchen Okay, kann ich das jetzt? Warte Hast du ja geschafft, aber es geht Im Symptom halt Wo kann man das hinmachen? Ähm Hilfe Gut für dich Alles gut Danke Danke Äh, ich will Ne, es sieht überall scheiße aus Ah, hier geht's Hier Zack Und einmal mit Ähm Das hier Da Wildschwein Immer gibt man noch mal ein bisschen Holz Hier Zack Mein Holz So Ähm Noch einen Versuch gebe ich dem Ganzen Dem Also Dem Hai Ich hab's einmal wieder Ich hab's noch geleben Ich bin immer besser So Zack FFL Äh, ich war doch übergehen So und bald So und Alla O, kann man da hinnehmen So Wo? Hier Komm schon wo Guck da 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 Ich bin wieder tot Ich glaub Der hat Schadenserhöhung bekommen Mit dem Pech Dass man nicht mehr trotschen kann Okay Wir müssen den enden Noch einen Mann Du Es sind gleich 40 Minuten Es ist das letzte Mal Ich hab da Ich hab deine Zeit mir jetzt kommen Okay Ab jetzt ist Hex Ändern Äh Rokko Hex Was? Äh Erbenden wir jetzt den Part? Hallo? Ja, ja Ja, also Was Du stellst du da Hallo? Nein Okay Warte, hast du den Part schon beendet? Nein Okay, gut Gibt es hier so eine Art? Ja, es passt Sehr schön Okay, wo bist du? Ah, bist du da tot? Und damit beenden wir die Folge Nein, ja, spät Tschüss Okay, tschüss